Ashley Kane ist wieder solo und das sogar schon seit einer Weile. In den vergangenen zwei Jahren machen der ehemalige Profifußballer und seine Partnerin Sophia Voraci eine schwere Zeit durch. Sie werden Eltern einer Tochter, doch die kleine Azalea ist seit ihrer Geburt schwer krank. Sie leidet an einer aggressiven Form der Leukämie. Die Ärzte geben ihr nur noch wenige Monate zu leben. Das Mädchen kämpft hart, im vergangenen April stirbt es jedoch im Alter von nur acht Monaten. Nun geben die Eltern der Kleinen ihre Trennung bekannt. Nach einem niederschmetternden Jahr, das unsere Herzen gebrochen hat, haben Ashley und ich bereits vor einigen Monaten beschlossen, uns zu trennen. Dies war eine unglaublich schwere Entscheidung, die wir erst einmal für eine Zeit für uns behalten mussten, um zu sehen, wie die Reise für uns weitergeht. Böses Blut fließt zwischen den beiden aber nicht, im Gegenteil. Die vergangenen Monate zeigen ihnen, dass sie enge Freunde bleiben. Sie verbringen sogar noch jeden Tag Zeit miteinander. Zudem betonen die Autorin und der Sportler in ihrem Statement. Wir werden uns für immer lieben und uns gegenseitig unterstützen. Wir sind verbunden durch unsere gemeinsame Reise, die ewige Liebe zu unserer Tochter und unser leidenschaftliches Engagement für ihre Stiftung. Wann genau Ashley und Sophia beschließen, getrennte Wege zu gehen, ist unklar. Erst im Januar sprechen sie in einem Interview noch von weiteren gemeinsamen Kindern. Wir wollten immer, dass Azalea Brüder und Schwestern hat. Wir können das jederzeit zu einem bestimmten Zeitpunkt nachholen, wenn wir uns bereit dazu fühlen. Außerdem stellen die beiden klar, dass der Tod ihrer Tochter sie eigentlich sogar weiter zusammenschweißt. Mehr als sich jedes normale Paar vorstellen kann. Dass sie nun trotz der Trennung aber weiterhin miteinander verbunden sind, stellen sie erst vor wenigen Tagen unter Beweis. Am 27. März ist in Ashley und Sophias Heimat Großbritannien Muttertag. Aus diesem Grund besuchen sie gemeinsam mit Verwandten das Grab ihrer verstorbenen Tochter und widmen sich gegenseitig aufbauende Worte. Die 34-Jährige bedankt sich bei Ashley, dass er sie einst überhaupt zu einer Mutter macht. Der ehemalige Ex-on-the-Beach-Teilnehmer kommentiert daraufhin, Du wirst Azalea immer eine großartige Mutter sein. Sie schaut stolz auf dich herab. Auch viele Promi-Flash-Leser sind überzeugt davon, dass sie beiden nach dem Liebesaus weiterhin an einem Strang ziehen. Zumindest geben das 68,8% der Teilnehmer einer Umfrage an. 31,2% haben zwar so ihre Zweifel. Doch wie Ashley und Sophia zeigen, kommen sie als Freunde offenbar super miteinander klar.